Ich habe Karim Benzema, Team of the Season, aus elf Siegen gezogen. Gönnt euch unbedingt dieses ganze Video. Denn es wurden auch andere Karten gezogen, die Millionen wert sind, die ich aber nicht im Titel gespoilert habe. Ich will nicht viel reden, lasst uns versuchen, auf dieses Video die 1000 Likes zu schaffen, ihr seid die Besten. Und das ist das dritte Rewards-Video zum LaLiga. Deswegen supporte es, weiß nicht, ob es so gut ankommt. Ohne viel zu reden, viel Spaß. So, Freunde, damit sehen wir unsere Rang 1 Rewards. Wir haben vier Picks, wir haben drei LaLiga-Picks und ein LaLiga-Totz-Drei-Spieler-Pack. Tradable, 5x84, 5x84, ja, guck mal rein. Oh mein Gott, was ist da? Ne, Winnie hat 9, 9, 9, 3, heute kriegt er mich nicht. Oha. Oh. Bruder? Bruder? Bruder stark, seid ihr echt stark? Aha, Totz, aha, Totz. Ich mache R3, ich mache R3, ich sage euch ehrlich, Modric. Sick, der Lade. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins, dann checkt M1X4. Hier bekommt ihr die günstigsten und sichersten FIFA-Coins mit dem Code ENSER nochmal 5% Rabatt. Also gönnt euch erster Link in der Videobeschreibung. Hattet, Chat, 3, 2, 1, 89. Ist das fake, Chat? Molina? Ehrlich? Aber Molina hat doch mehr verteidigen, das ist fake, Bro, ja, fake. Wieder 89. Wer ist das, Chat, Balde? Oh, Javi, galant. Ich habe noch nie mein Leben von ihm gehört, ne? Warte, kann das Valverde sein mit 88 Physis? 88 Physis war Valverde, glaube ich. Griezmann, laber kein Scheiß. Griezmann! Griezmann! Also guck mal, wenn der 99% des Chats Griezmann reinschreibt und hier Gabriel Viagra kommt. Das bockt doch nicht, Jungs. Valverde, das bockt doch nicht, Bro, da, ja. Boah, Balde. Das ist niemals, Molina! Das ist Lorente! Achso. Chat! Valverde, das ist gut! Bin sie wahr! Achso. Nein, das ist... Aber trotzdem stark, Lewandowski, trotzdem stark. Das ist trotzdem stark, Chat. Bin sie wahr! Wir gehen rein, Chat, komm. Nächster Pick. Ah! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott, scheiß drauf! Scheiß drauf! Das sind die Besten! Bock doch nicht! Ich hab keinen Bock mehr, Bruder! Ah! Ja! Überdossi! Oh mein Gott! Ja! Ja, Bullshit! Ja! Ja! Boah, das ist die krassesten Rüe aus der Welt, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, oh mein Gott! Oh mein Gott! Einfach nur so und dann so. Dann zieht ihr irgendeine Brasilien eigentlich in der Block. Seht ihr? Nee, Brasilien. Ja, Brasilien. Lewandowski! Geil! Bruder, sehr krass für elf Siege. Ey, also... Ich sag euch oft ehrlich, diese elf Siege-Viewers, ne? Bruder, diese elf Siege-Viewers, die sind das einfach. Ja, la 500 K-Pick, bro. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Uh. Uh. Big F. Hab'n gesehen, was mit Direktor war. Junge, wie geil. Ist das schlecht? Ja, mein... Wir gehen rein, chat. Elfler-Liga-Pack. Ab, du größte Fuffi. Oh, totz! Totz! Modric! Modric! Aus so einem Pack, Bruder! Krasses Pack, Junge. Ich schwöre, Welt. Wir haben Rewards. Dieses Pack machen wir normal auf. Bruder, mach mal eine Wette für... Ah, Balde. Aber trotzdem win, Bruder. So, wir machen R3. Ich sehe auf jeden Fall erstmal nichts, weil ich auf Twitch schaue. Schau, die auf TikTok... Was? Was? Militao! Militao! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Valverde! Ach so. La Liga-Totz-Pack. La Liga-Totz-Pack. Ach. F. Drei, zwei, eins. Ich zieh Vini, chat. Ich zieh Vini. Ich weiß das, chat. Ey, Valverde, das ist gut. 84 habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott! Ah, warte, ist Modric. Das ist Modric. Ist Modric. Chill, chill, chill. Krass! Ich habe jetzt das gecheckt, Digga. Ich dachte, Vinicius, Digga. Aber ich habe danach diese 86 und 84 wieder gesehen, Mann. Er, 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 er so, was geht, Bro? Er nimmt meine Hand. Er gibt mir 10 Euro in die Hand. Er so, Bro. Kommst du nach ihm, kommst du in die Ecke? Ich denke mir, was labert der? Ich so, Bro, was laberst du? Er so, Bro, komm, 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 schnell. Ich denke, was will der von mir? Und ich sehe so zwei Minuten später, so, Polizei fährt vorbei. Polizei fährt vorbei, hört zu. Polizei fährt vorbei. Ich denke, was ist jetzt los, Digga? Er so, es war nicht so in die Ecke, sondern es war so ein Meter. Ich so, ja, Bro, was ist so? Wieso gibt es mir 10 Euro? Er so, wo ist mein Ding? Wo ist mein Ohr? Er kommt zu mir, wo ist mein Ohr? Eine Minute vergeht. Ich so, Bro, ich bin kein Diener. Eine Minute vergeht. Eine Minute vergeht. Es kommt so eine aus der Seite, so ein Afrikaner kommt raus. Er so, Bro, sorry, ich habe dich verwechselt. Junge, sehe ich wirklich aus wie ein Dealer, Bro? Der dachte, ich bin ein Dealer, gibt mir 10 Euro in die Hand, Bro. Er wollte sich ein, zwei Gramm kaufen. Und hat nämlich verwechselt. Ich gehe einmal in meinem Leben raus, bin fast erwischt, ohne was zu machen, Alter. Okay, kannst öffnen, Bro, let's go. Let's go, 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 let's go. Let's fucking go, R9. R9, R9. R9, Brasil, Brasil. Oh, Brasil! Oh, aber win. Nee, warte, ist das ein Win-Shirt? Ist okay, ne? Icon. Frankreich, ZTV, Jarrack. Warte, 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 warte. Wer ist das Shirt? Oh mein Gott, was? Der Sieg. Was? 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 Ich hole zweimal, ich hole zweimal, ich hole zweimal, ich hole zweimal Rang 1. Ich zieh nichts. Einmal elf Siege, alles quitten. Benzema, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Was kostet der Chat? Wir gehen weiter zum nächsten. Was kostet der Chat? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Dann gehen wir in die nächsten elf Siege-Rewords und hoffen, wir ziehen was ohne viel reden. Und so, bro, so, bitch. Ah, komm. Nächstes Pick. Uh, Kimmich. Und jetzt eins von drei Tots. Eins von drei Tots bei elf Siegen. Ihr könnt natürlich immer noch meine alten Rewards-Videos gucken. Wir haben jetzt schon zwei Rewards-Videos gebracht. Und weiter geht's mit den nächsten. EA? Gönne einfach. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie geben. Wir drücken R3. 84, 86. Ah, das ist Modric. Das ist Modric. Ich höre sie. Elf Siege sind so OP. Elf Siege sind so OP. Elf Siege sind es, Chat. Elf Siege sind es. Weiter geht's. Ah, ist wirklich nicht so gut. Ah, das ist Merino, ne? Ja, Nummer drei. Blaul, wer ist das? Ja. Ja, also ist stramm, Alter. Also stramm. Weiter geht's. Ah. 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 Nummer zwei. Nummer drei. Oh mein Gott. Also Balte. Also Jungs, ich sage euch ehrlich, ist schon Win, meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach Win Rewards. Balte, ist okay, Alter. Ist echt gut. Balte und Modric aus Elf Siege ist crazy, Alter. Ohne Spaß. Ich sage euch an Call, ich ziehe jetzt einen Tots. Tradable. Über 100k. Perfekt. Ja, komm, Alter. Genau, wo er aus dem Tots rauskommt, Zieming. Jetzt. Eine Woche früher. Das ist auf jeden Fall mit dem Video. Wenn das euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Ich bin Lars für heute, Jungs. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Du bist ganzer. Sח. Bye. Ciao, ciao. .